Peter und Iris Klein kamen sich bei Promi Big Brother wieder näher, so nah, dass viele Zuschauer über ein Liebesskommeback spekulierten. Einige stellten sich deshalb die Frage, was Iris' Freund Thorsten, auch Mr. T., genannt, über die Szenen denkt, und nun enthüllte Iris krasse Details. Iris Klein, sie und Ex-Peter Klein kamen sich bei Promi Big Brother wieder näher. Überraschende Worte von Iris Klein, 56, bei Promi Big Brother traf sie erstmals nach Monaten voller Ärger. Streit und Drama wieder auf noch Ehemann Peter Klein, 56, und tatsächlich gelang es dem Ex-Paar in den knapp zwei Wochen, wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Zu Iris' Auszug aus dem Container gab es nicht nur eine innige Umarmung, sondern auch das Versprechen der Katzenberger Mama, dass nun alles gut wird, was bei Peter Klein zu bitteren Tränen führte. Auch nach dem großen Finale zeigten sich die beiden versöhnlich und gewillt, sich abseits von Kameras noch einmal auszusprechen. Ein Liebeskomme-Bug schließen beide aber völlig aus, und das, obwohl viele Promi Big Brother Zuschauer und sogar Containerkollegen wie Jürgen Milski, 60, oder Manuela Wissbeck, 40, den Verdacht äußerten, Dass die 56-Jährige ihren Ex nach wie vor liebt. Iris' Freund Thorsten war nicht eifersüchtig. Immer wieder zeigte sich Iris Klein bei Promi Big Brother besonders emotional. Wenn es um ihre gescheiterte Ehe mit Peter oder aber Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit ging. Grund genug für viele Zuschauer, sich zu fragen. Was wohl Iris' neuer Freund Thorsten, von ihr lange Mr. T., genannt, über die nahen Momente zwischen ihr und ihrem Ex denkt? Bereits vor kurzem äußerte sich die Ex-Dschungel-Camp-Erin zu dem Thema und erklärte bei Instagram, dass zwischen ihr und ihrem Liebsten alles in bester Ordnung sei. In einem Livestream mit Janine Pink, 36, ging sie am 6. Dezember dann weiter ins Detail und enthüllte krasse Details. Er hat gesagt, wenn Peter und ich uns geküsst oder in einem Bett geschlafen hätten, wäre das in Ordnung. Von Eifersucht also absolut keine Spur. Sogar auf die einstige gemeinsame Finca auf Mallorca wolle Mr. T. seine Iris begleiten. Hier wollen sie und Peter Klein sich aussprechen. Da soll Freund Thorsten allerdings nicht dabei sein. Da kommt natürlich auch mein Freund mit. Aber der hält sich aus allem raus. Der ist so männlich und hat Eier in der Hose und sagt, das ist euer Ding. Nachdem sich der 56-Jährige im Satt 1 Frühstücksfernsehen bereits deutlich zu einem möglichen Liebesskommeback gemeldet hatte, äußerte sich auch Iris Klein in dem Livestream zu dem Thema, es gibt kein Comeback mehr, auch für ihn. Der Zug ist durch. Wenn das Vertrauen weg ist, ist keine Beziehung möglich, das mache ich nicht.